Willst du erstmal ne Kuh schlachten? Dann frisst du das Fleisch und denkst du, boh ne, davon werd ich nicht so schnell satt. Vielleicht soll ich das doch lieber braten. Oh. Aber ehrlich, ey. Mein Gott. Dass dich das selber nicht nervt, ey. Sollte es? Ja, ey, ich würd kaputt gehen dabei. Scheiß Generalüberholt, ne? Ja, hab ich dir ja gleich gesagt. Mein Gott, ist doch nur ein Quietschen. Deswegen wollte ich ja das Headset auch nicht so kaufen. Boah, wir hatten hier so ein Chaos in meiner Kiste immer. Ich hatte doch mal mehr Diamanten, Timo. Ich hab keine genommen. Sicher? Ziemlich. Hatte doch mal neun. Ich hab keine. Kannst du gerne meine Aufnahme überprüfen? Ich glaub dir doch. Gut. Nee, hab ich echt nicht. Boah. Was soll ich jetzt so Feuerzeug? Wie du das baust? Ja. Keine Ahnung. Kann nicht schwer sein. Feuerzeug ist Eisen und Feuerstein schräg nebeneinander oder so. Okay. Problem aus. Ich kann mir ja erstmal eine Kippe rauchen, ey. Wie schräg nebeneinander. Ja, so schräg nebeneinander halt. So wie ein Bett, oder? Wie ein Bett? Wie baust du denn Betten? Eisen? Ja, dann so schräg drüber. Oder, ja. Eisen dann so schräg rechts oder links oben drüber. Feuerstein. Würde ich jetzt mal so annehmen. Keine Ahnung. Also nochmal neu. Ich hab noch nie ein Feuerzeug. Doch, ich hab schon mal ein Feuerzeug selbst gebaut. Ich weiß gar nicht mehr warum. Eigentlich brauche ich das so gut wie nie. Wolltest du rauchen heimlich? Hm? Wolltest du heimlich rauchen? Hm. Ich wollte in Minecraft, in Minecraft heimlich den Wald abfackeln. Ja. Na Alex? Was ist los? Alex? Ach, der Neuel ist auch da. Müssen wir irgendwas googeln. Ey, Lukas weiß nicht mehr, wie ein Feuerzeug geht. Wieso ist Alex denn schon wieder da oder war der gar nicht weg? Der war gar nicht weg, der war nur oben. Ah. Ah, das geht gar nicht so. Ein Eisenblock. Das ist Kohle. Muss der denn jetzt wieder hoch oder? Ja, der ist hier. Achso. Ich hab gerade mal ein paar zu viele Feuerzeige gebaut. Wie viele? Fünf oder sechs. Wo bist du denn gerade? Dann kann ich ja mal Alex zuwinken. Warte, ich bin... Wo bist du? Ja, ich bin im Wald. Achso, ne, ich bin auf meinem Haus. Ja, warte, dann komm ich zurück. Ich hab jetzt eh einige... Hier in unserem Haus. Ja, sag bloß nix Falsches, Junge. Ich komm zurück. Warte, 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 warte. Dauert nur eine halbe Stunde. Ey, geh gerade rauchen, Alex. Ja, jetzt haut der ab, wo ich am Rückweg bin oder was? Hm? Jetzt haut der ab, wo ich am Rückweg bin. Was hat der gesagt, Schatz? Achso. Nee, das tue ich nicht. Wieso ist hier eigentlich jetzt Stein am Boden? Weiß ich nicht. Ja, neben deinem Haus, meine ich? Das ist so. Das kommt alles mit Kies. Ja gut, aber warum ist dann da Stein, wenn da Kies hin muss? Ja, war mein Baufehler. Nee, hier baue ich den TNT-Block nicht hin. So, das ist ja schon mal wieder ein bisschen Holz. Und jetzt wird es dunkel, ey. Ich kotze gleich. Ja, ich mach mal eben hier bumm und dann hochscheiße. Ach nee, das ist ja schon wieder falsch. Ich bin jetzt auch hochgekommen. Mann. Ach, ich Idiot, ey. Was denn? Ich hab keine Spitzhacke mitgenommen. Ja, da kenn ich ja woher. Können wir mal eben pennen gehen? Ja, muss ich. So, jetzt hab ich den Treppenstuhl kaputt gemacht. Ja, genau. Was denn? Bei mir im Haus ist ein Zombie. Ist doch gut. Ist doch total toll. Aber wenn hier ein Zombie reinkommen kann, dann kann hier auch ein Creeper reinkommen. Der ist jetzt aber nicht von da gekommen, oder? Wenn doch, muss ich das anders machen. Komme ich extra für dich wieder nach ganz oben. Eigentlich kann der hier gar nicht gekommen sein. Ich brauche Möhren. Doch, ich hab noch zwei. So, was zu snacken? Ich? Hm. Ein wenig. Was brauchst du denn? Noch zwei, zwei, zwei Coil. Komm mal hier. Ich geb dir mal ein bisschen was. Lass mal eben pennen gehen erstmal. Scheiße. Nochmal liegst du. Boah. Oh, ey. Puh. Mein Gott. Ich komm mal zu dich, Gefliege. Ich hab's durch die Tür geschafft, Junge. Bist du jetzt geflogen, oder? Wieso hast du da denn hier... Wo bist du denn? Oben. Hier, Digger. Ich brauche nur ne Truhe, die ist voll. Die sind sie. Ja, ich muss auch dann anfangen. Also, sobald ich den Flügel da fertig hab, fang ich dann mit meinem Lager an. Weil ich hab außerdem ein paar viele Feuerzeuge gebaut. Wie viele? Komm mal da rein. Die stacken die nicht, oder was? Nee. Ja, das ist Dimo. Ja, das Eisengratze. Alex ist wieder da. Hier, guck mal Alex. Guck mal. So, ne. So, so und so und dann... Aha. 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 Ich geh jetzt weiter bauen. Aua. Was, was tut das? Nö. Was war das denn dann? Weiß ich nicht. Ja, fick dich, Junge. Du dich doch, Alter. Wie war das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier... Komm, Alex, du musst es irgendwann mal mitzocken. Hey. So. Ja, wie sieht das denn aus hier mit Borderlands? Wann sollen wir anfangen? Wann sollen wir mit Borderlands anfangen? Schulter zocken. Super. Ja, das ist ja eine Motivation hier. Jetzt sieht er aus dem Krankenhaus wieder. Jetzt müsste doch eigentlich der Mädelsabend laufen. Das ist schon, ja. Frag den mal. Läuft der Mädelsabend hier wieder? Was? Läuft der Mädelsabend hier wieder? Nein. Ne. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Hat der irgendwie schlechte Laune oder so? Kann er halt? Wann ich nicht. Ja, frag ihn doch mal. Nein. Nein. Nein, mach ich schnell. Äh. Äh. Hm. 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 Hattest du noch Kohle? Ja, 36 Stück. Hm, das reicht nicht. Da muss ich selber gleich mal wieder farmen gehen. Ich muss mir... 56. Ich muss mir gleich... Ich brauch unbedingt Fackeln. Ich hab fast keine Fackeln mehr, glaub ich. Ach, mach. Ja. Ich hab 57 Sticks und 56 Fackeln. Ja, Sticks hab ich, glaub ich, auch satt. Aber, ähm... Ich glaub, ich hab keine Kohle mehr. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Muss ich gleich mal gucken. Hm, hm. Das Problem ist, ich brauch erst mal eine zweite Drohe, ey. La, 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 la. La, 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 la. So, dann geh ich da erst mal nur noch Eisen brennen. Hm, 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 nein. Was denn? Da-da! Verbaut! Hab ich überhaupt noch Scheiben? Ich hab keine mehr. Muss ich mal eben gucken. Wenn nicht, muss ich wieder Glas farmen, äh, muss ich wieder Sand farmen gehen, glaub ich, ne? Weil wir haben auch keine Sand mehr, oder? Ich glaub nicht, ne? Ja, doch, ich hab noch Scheiben. Ich weiß nur nicht, wie lange, für wie viel die reichen. So, da brauch ich da rein, da komm... Oh, die Tür, ey! Das gäbe es doch nicht, ey, jedes Mal! Oh, ne verfickte Ausnahme. Achso, mal, jetzt bin ich auch... Boah, ehrlich, ey. 1,10. Wo ist denn jetzt hier die scheiß Truhe mit den Fackeln? Ja, doch, ich hab noch Fackeln. Gut, Tag ist gerettet. So... Können wir's den Hallabend aufnehmen? Wat? 1,15 wieder. Ja, keine Ahnung, wir können auch 1,5 machen, ist mir lauter. Ja, mach 1,15, dann kommt doch gut hin. Wieso, wir sind jetzt schon bei 1,11, Alter. Woher weiß ich das? Wie, woher weiß ich das? Hast du auch Uhr angemacht? Ja, klar hab ich die Uhr angemacht. Ich auch. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Willst du echt schon auf 15 aufhören? Wie spät musst du mal auf der Aufstellung? Ecke? Ja. Äh, um halb 5. Halb 5, ja. Dreh ich mich nochmal um. Ja, aber dafür hab ich schon um 1 Uhr Feierabend. Dafür muss ich bis 5 Uhr arbeiten. Tadaa. Ma, jetzt geh doch dahin, du Scheißglas, du. Hopp. So, ich meine, Fackeln, Fackeln, TNT und ein Feuerzeug hab ich dabei. Feuersteine kann ich auch noch hier lassen. Das ist eine gefährliche Mischung bei mir. Nein. Verbaut. Wieso wüsste ich das? Weil das ab und zu mal passiert bei mir. So, ich geh das letzte Mal runter für heute. Ja, ich mach hier auch so den Anbau nur noch fertig. Soweit ich das machen kann. Ich weiß nicht. Ich läuf, ich läuf genau. Ich glaub, so dass ich getrunken hätte, ey. Vielleicht hast du das ja. Nee, heute noch nicht. Ich hab heute noch... Ich bin trocken. Was ist das? Nee, heute noch nicht. Ich bin trocken. Geht dein Klassenchat schon wieder los? Geht dein Klassenchat schon wieder los? Lass mich mal trinken, ey. Kannst du das auch ohne Geräusche, ey? Ja. Wie so ein Seehund, ey. Hallo, lass meine Aldi-Cola in Ruhe. Das war nicht gegen die Aldi-Cola gerichtet. Ja, ja, ja. Am Ende bist du schwanger oder was? Ey, hallo? Ey, hallo, 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 hallo. Was ist los? Ey, hallo, hallo, hallo. Ey, hallo, hallo. Oh, erst mal was snacken. Hab ich überhaupt Steine? Ich hab auch gar nicht mehr genug Glas. Reicht doch nicht. Nie im Leben reicht das. So ist es. Ja, das war's schon wieder. Womit? Stein. Hast du keinen mehr? Nein. Musst du bei mir welchen holen. Ich komm. Ich erlaub's dir noch einmal. Das ist aber nett. Ich glaube, es wird auch schon wieder dunkel, kann das? Ich bleib jetzt unten. Ah, ich krieg das auch so hin. Ich weiß nicht, wo ich den TNT-Block platzieren soll. Was ist TNT-DM-Dies? Wenn wir den Absender der Nachricht kriegen, haben Sie den Organisator? Den Watt platzieren? Watt, watt, watt? Ich hab doch einen Block TNT. Ich weiß nicht, wo ich den hinsetzen soll. Zum Bummen. Mein Gott. Irgendwo drauf geschissen. Das ist sowieso voll unsinnig mit einem Block.